moin moin und herzlich willkommen bei hyperion 98 zusammen mit dem s master zusammen was geht leute und mit mayu sakai so heute gehen wir ins farmhaus auf stufe fortgeschritten weil wir nicht haben und damit ist das schon die folge so und wir sagen dann drücken wir bereit und wir gehen im farmhaus let's go mal schauen wer heute stirbt da ich würde es ja begrüßen wenn es denn noch stirbt meine sterbelage war 1a erstmal halbarm gebrochen und 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 Ah, schön. La 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 la. So, nur noch die Vanille. Na, wie üppig. Hm, hm, hm. Mal gucken, was wir heute für'n Geist kriegen. Zwo Minuten Zeit, hm. Wir finden gleich alles wieder instant raus, Sascha. Mhm. Sascha, du nimmst wieder dein Equipment, oder was nimmst du jetzt alles mit? Die ist mit Emily kaputt. Wäre ich nicht, die hat auch irgendwie fettische Haare. Ah, Entschuldigung. Hey, die sieht aus wie ne Oma, ey. Ja, irgendjemand muss ja aussehen wie ne Oma. Irgendjemand muss ja abschrecken. Ah, die steht da in mir. Sandra. Der Geist heißt Sandra. Wir sollen ein Foto von ihr machen. Ein Foto. Ein Profix brauchen wir. Okay, nimmst. Und ein IMF-Reader. Okay. Dann nimmst du wieder das Radio mit und ne Taschennammer und der Vanille nimmt das Buch und ne Taschennammer. Ich hab das Buch mit. Ah, du hast schon das Buch. Ich hab das Buch. Dann nimmst du das Radio. Ha. Aber das Radio hab ich doch auch. Aha, hast du auch? Ja, ich hab beides. Ja, dann nimm mal halt noch ein Buch mit. Vanille kann ja schon das Profix mit, Profix mitnehmen. Ja, nimm mal halt also. Ja, Sascha rennt vor. Let's down. Let's go. Sascha, du kannst dir einfach vorrennen. Vanille! Vanille, let's go! Sandra, bist du in der Küche? Bin schon oben. Koste mir mein Schnitzel. War ich jetzt noch das Radio mit dir? Ja. Ne, das hab ich schon. Komm jetzt einfach rein. Komm einfach rein. Wir haben so gut wie alles. Oh, hier oben hatte ich 8 Grad. Du brauchst nicht mal ne Dusche. Was ist das? Ich hatte oben grad 8 Grad. Ich meine Dusche hat die Rolle. Ich glaub die ist oben. Ja, die ist oben. Ja, die ist oben. Die ist oben. Ich hab den Knochen gefunden. Ja, dann mach ein kleines Foto. Ich hab keine Kamera. Komm sie mit. Also hier in dem Raum? Ne, hier 5 Grad. Warte. Wollen wir weiter gucken. Wird bestimmt oben auf dem Dachboden sein. 3,5 Kilo pro Paaren. Shit. Also hier oben sind 5 Grad. Also hier oben wird so sein. Ich bin raus in die Luft. Ja. Ich bin kein Geist. Okay. Schaukel mit dem Stuhl. Das war ja mega geil. Los Geist. Schaukel mit dem Stuhl. Jetzt wird es auf einmal 60 Grad. Wollen wir mal mit dem Radio probieren? Ja, probieren. So. Gebt mal raus. Macht mal Licht auf. Gebt mal nach unten mit euch. Ab nach unten. Wo bist du? Oh, das Telefon. Was bist du? Wir hatten das Telefon vom Hörer genommen. Wer bist du? Wo bist du? Wer bist du? Oh, minus 1. Wir haben Gefrierttemperatur unten im Gang. Also muss unten sein. Die muss hier sein. Also hier ist kalt. Hier muss hier sein. Ja, die muss hier sein. Die ist irgendwo hier, Sascha. Wir haben minus. Okay, ich kann mal runter. Also für euch ins Buch haben wir Gefrierttemperatur. Ich geh mal ins Zimmer hin. Da ist hier irgendwo das Buch. Also welcher? Irgendwann explizit der Raum? Ja, leg mal das Buch. Leg mal das Buch hier hin. Ja, die ist hier im Gang. Also ich kann es schlecht sagen. Oh, die hat das Waschbecken gemacht. So, dann geh mal raus. Ich hab da oh'n Buch. Sie hat gerade ein Waschbecken eingemacht. Das ist ganz hinten. Ey, du Schnöpfe. Mach das Wasserhahnau. Mach'n Wasserhahnau. Hier ist in 5 Grad. Okay, hier ist es warm. Hier ist nichts. Hier ist hier draußen im Flur. Hier. Minus 7. Minus 6. Hier legst du das zweite Buch hin. Oh ja, oh ja. Die war hier. War 5 oder was? Hey, 3. Hey, 3. Warte mal. Okay. Mädels. Hä? Mädels. Warte mal. Halt den. Mädels. Wo seid ihr denn? Meine Lampe ist weg. Meine Lampe ist weg. Ich hab meine Lampe verloren. Ich hab meine Lampe verloren. Ich hab meine Lampe verloren. Ich hol mir mal eine neue Lampe. Warte mal, wo ist denn deine Lampe? Guck mal, wo die ist. Vielleicht hat's ja der Geist aus der Hand geschlagen. Haha. Vielleicht. Vielleicht. Ich hol mir mal eine neue. Haha, lass doch noch raus nach Hause. Bier, Alter. Und das Bier dahingestellt. Also ich hab eine mitgenommen, aber sie ist nicht mehr da. Was? Wo? Im Floh draußen. Hier oder was? Im Floh draußen. Oh, hier am Tisch. Ich hab meine Lampe wieder gefunden. Da war die grad. Hallo. Die war grad hier am Tisch. Hallo. Die war grad hier am Tisch. Die sind. FIFA Firolia. Wie konnte ich die? Hä? Pfff. Pfff. Alter, Stan. Ich glaub, sie hat meine Lampe. Ich hab meine Lampe in der Badewanne liegen. Mach mal zu. Geh mal rein. Geh mal rein und mach mal zu. Wo bist du? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Was? Ich glaub, die verfolgt mich. Die steht auf dich. Wo bist du? Wer bist du? Die stand grad hier kurz an der Tür. Okay. Kannst du da raus. Die verfolgt mich. Minus 9 Jetzt nicht mehr Hatte ich schon Also, warte mal, wer hat jetzt noch das zweite Buch mit gehabt? Banni hat's Minus Hier ist eine Voodoputter Äh, Popper Schreib etwas ins Buch Voodoputter Schreibe etwas ins Buch Oh, sowohl Schreibe etwas ins Buch Warte mal, wer hat hier das Geisterbox mit gehabt? Irgendwer kann noch mit dem Geist reden Ich hatte ein Buch hingelegt Ja, hast du nie noch eine Geisterbox gehabt oder so? Ja Ja, geh mal her Hier, kriegst du das? Ja Und nimm das Bist du hier? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Gib mir ein Zeichen Wie alt bist du? Wo? Wo bist du? Wo? Wo? Wo stand ich? Wo? Wo stand ich? Wo? Ja, sie war hier Wie alt bist du? Wo bist du? Ich hab die Ja, sie ist bei mir gerade Ja, sie ist bei mir gerade hallo macht euch die tür zu reden will sie ja nicht mehr hat jemand ein fotoapparat natürlich das wasser da guckst du schön rein die ist wieder vor ich hab das buch geklaut ich glaub schon der geist klaut das buch einfach ich wollte es gerade rein legen das buch wenn du schon hier drinne bist da kannst du ja wenigstens meine schreiben und du schreibst oberein ist da ich lege das rein und du schreibst was ja das ist supi mehr wollten wir doch gar nicht hier was haben wir denn jetzt alles wenn ich schon wieder raus so was haben wir jetzt geister temperatur geister buch wir haben eigentlich alles dämon oder jurei gefriertemperatur geister box wir haben das alles das heißt entweder geister nein wir haben alles was geister box gehabt ja dann kann ich meinen scheiß schon wieder in die tonne das andere ist ähm haben wir dort ne kamera aufgestellt nie oder ne ne bei mir steht jurai ja dann sag mal meine insiniti ich nehm mal ne kamera mit denn du hast zwei prozent ich hab sechs ich geh am besten nicht alleine rein ich hab auch noch ne kamera sasha nimmt mir insiniti falls du noch nie gemacht hast hab ich doch schon wani du solltest aber auch ne pille nehmen ja viel spaß jungs die holt euch ah mein licht flackert ja die sind drin so aber wieso flackert das draußen ja und oh emmy emmy oh my god stell ist die emmy ja die ist tot oh i wie sie zappelt lecker alter äh 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 voll eklig äh äh fein sie haben was in ihrem arsch geschämmt wo sie geworden ist ja warte mal dann würd ich mal die videokamera musst du neu platzieren so äh 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 so geil äh lass mal offen du einfach zügler spinnen ich hab oben mal ne kamera hingeschmissen hingeschmissen jo emmy schweifel bist worden das geht schon wieder gut los wie sie ankam hihihi da stand alle lachen hier seh ich keinen geist aber ja du hättest hättest sie weiter weg machen müssen klar ist die zwei in dem raum aber vielleicht vielleicht außerhalb des raums du musst die kamera meistens immer weiter weg ficken ja ja ist so nah dran ich hab aber unten an ihn eingestellt da war klipp und geist hoch gerade wo in der treppe gerade ich seh kein ab in der treppe wir müssen die weiter weg platzieren ja man kann denn ich da drinnen fliegen Oder hatte die auf der Geisterbox geantwortet? Ich will das gar nicht gucken. Ja, dann musst du nochmal talken. 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 Ja, ich nehm nochmal eine mit. Und ich hab so euer Dings noch gesagt, wenn die uns jetzt jagt, ey. Und dann jagt die uns halt echt. Wie alt bist du? Ich musste es ja beschreien. Nichts. Ich musste es ja beschreien. Wie alt bist du? Warte mal, ich. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Nichts. Wo bist du? Wie alt bist du? Nichts. Ne, reden wir sie nie. Kann ja bloß Reisdorop sein. Warte mal. Da war glaub ich grad fast. Huh? Siehst du ein Geisterop? Nö. Warte mal, ich hab noch ne Cam. Sieht man da ja was. Oh nett, ne? Kurz worden. Einmal kurz worden. Einmal kurz worden. Ja, Wim. Das ist schon. Da oben ist auch gefriert. Hat keinen Bock. Hat einen getötet. Fertig. Fingerabdrücke hatten wir jetzt aber auch keine gehabt, ne? Ne, ne. Das kann es ja auch nicht sein. Weil wir haben ja zwei Beweise und die führen nur noch zu Dämon oder Jurei. Keiner von beiden hat Fingerabdrücke. Und auch kein... Was hat denn der andere? Geister... Hat der eine Geisterbox oder der andere Geisterop? Einer hat Geisterbox und der andere hat Geisterop. Ich geh noch mal rein in der Geisterbox. Wo ist denn die Geisterbox jetzt? Ich muss mich doch noch was sehen. Ah, hier. Du hast sie doch. Ah, ich hab's noch. Wie alt bist du? Wo bist du? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Ja, ich hab's noch nicht. Dann, du hast nicht zufällig nur ne Kamera dabei? Ne, leider nicht. Ja, scheiß. Was hab ich gesagt? Ich platziere von denen vom Raum aus. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Wo bist du? Wie alt bist du? Stan, das Buch hat sich gewählt. Hab's gehört. Wie alt bist du? Äh, komm mal zurück. Also reden will den ich. Da muss ein Geisterhof sein. Ja, das sieht doch so aus, glaub ich. Aber ich weiß nicht, ob's... Ich wohne an deinem Auge. Alter, ich hab einfach elf Prozent... Ja, aber das an der Tür kann's nicht sein, oder? Das Kleine da an der Tür. Wo? Links oder rechts? Oder? Nee, in der Mitte meine ich. Da. Nee, das ist glaub ich nicht. Nee. Geisterobst bewegen sich. Dammit! Das ist meine, die ich unten platziert hab. Das ist meine andere. Meine UV-Lampe liegt dort noch. Scheiße. Aber Geräte hast du jetzt auch nicht, oder wie? Guck mal, ich geh vor allem am UV-Habsch noch. Nee, ich bin's dann safe tot, egal. Na nee, EMF hat's ja nie. Ja, warte, ich komm mit, ich place nochmal. EMF hat's ja nie. Ne, ne. Wie gesagt, entweder Geisterorb oder... Äh, Geisterbox. Äh, ja Geisterbox an oder... Nee, ich nehm noch nen Bewegungsmelder mit. Einfach mal. Ja, dann geh ich nochmal mit und platziere nochmal ne Kamera vielleicht. Scheiß, die Wandernhöhne. Ich geh jetzt sowas von drauf. Wir beide gehen jetzt drauf. Ja. So, das ist die... Die chillt aber in irgendeinem Bad die ganze Zeit. Ja, die hat grad die Lichter angemacht hier. Die ist... Ich war grad hier. Oh ja, die Jagd. Hallo? Ёsss! Äh. Wie gesagt. voorbeeld Ja. Wir sind da nicht đâu. Ja. Ja. Wo seid ihr w och. Wir sind da. Ja. lebt einer von euch noch ich lebe noch ja auch geil sie haben es mir nicht überlebt ja so ist jetzt die frage ja aber wo ist sie jemand gestorben du mal die weiter hinten hinstellen du die mal auf der anderen seite hinstellen also dahinter hier ist hier so dass wir in den gang reingucken besser bist du bist du hier wie alt bist du wie alt bist du bist du bist du hier ich bin tot aktivität wieder Ich bin wieder auf die Tür und hab den Geister-Op gesucht. Alter, ich wär so tot gewesen. Ja, was? Ich kann mich nur noch... Bist du hier? Die kam mir noch im Gegend. Gut, wir haben Geister-Op. Wir haben Geister-Op. Ey, ich bin runter gegangen zum Verstecken. Die stand an der fucking Tür. Die stand an der fucking Tür, Junge. Und ich dachte mir, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Schnell in den Raum nebenan, Alter. Ich bin noch zurück gelaufen. Ich bin noch mal zurück in den Baderaum reingelaufen. Die kam mir voll vorbei gelogen. Die stand an der fucking Tür, wo ich runter gegangen bin. Ich hab dir einen Geister-Op gesehen im Bild. Ja? Echt? Okay, gut. Na dann, Geister-Op. Eingeben. Alter! Die... Die stand an der fucking Tür, Junge! Diese Olle-Hu... Ich hab nix gesagt. Ich hab einfach null... Null Sanity. Ich hab etwa zehn. Gut, also fahren wir. Elf. Habt ihr Jure? Yo! Alter! Ach du Scheiße! Hey! Alter! Das... Das war ne spannende Runde. Ich hab euch... Ich hab euch richtig hart zugeguckt. Ich hab richtig mitgefiebert. Ich bin hier sogar hinterher gerannt. Na toll. Die stand an der fucking Tür, Alter. Die stand an der fucking Tür, Alter. Und ich wusste... Ja. Ich bin gleich wieder da, ja. Ich wusste, dass sie auf uns zukommt, dort vorhin, wo wir beide in dem Raum waren, wo sie mich geholt hat. Ja. Und deswegen bin ich rüber gegangen, weil ich wusste, okay, wenn sie einen holt, dann soll sie mich holen. Ich hab... Ich hab... Ich dachte mir so, ey, wenn die uns jetzt jagt, ey. Und ich hab's auch noch geschrien, die Scheiße. Ja! Gut. So, Leute. Das war's mit Folge 5. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und... Alter. Da wünsch ich euch einen schönen Tag. Ciao, ciao! Tschüss! Tschüss!